Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Pixel Computers und dieses Video soll sich eher an Elektroniker richten, denn ich möchte heute die Software Fritzing vorstellen. Das ist eine Software, das sieht man hier oben auch schon, da kann man eine Steckplatine, also ein Breadboard, einen Schaltplan und dann die fertige Leiterplatte für sein Projekt designen und auch gleich herstellen lassen. Außerdem kann man hier noch ein bisschen Code reinschreiben und den auch gleich auf seinen Mikrocontroller uploaden. Dann fangen wir doch erstmal hier bei der Steckplatine an. Auf der rechten Seite sehen wir schon ein paar Bauteile und ich bin jetzt im Moment hier bei den Core Parts, das heißt hier haben wir so die grundlegenden Bauteile, wie zum Beispiel ein Widerstand, verschiedene Kondensatoren, zwei Transistoren, also ein PAP, ein MPN, da haben wir noch ein FET und ja, also hier sind so, ja genau, eine Gleichrechterdiode und alles mögliche. Dann haben wir hier noch verschiedene Eingabegeräte, wie zum Beispiel ein Potentiometer, eine andere Art von Potentiometer, ja, ganz viele Arten von Potentiometern, ein Rotary Encoder und hier irgendwo sollte sich auch ein Taster verstecken, da. Da haben wir einen Push-Button, einen Taster, ja, also Eingabegeräte. Hier haben wir verschiedene Ausgabegeräte, darunter eine normale LED, die können wir auch ändern, da unten. Ja, da unten, da kann man die ganzen Bauteile einstellen und RGB-LED, verschiedene Arten von LEDs, sieben Segmentanzeigen und noch sonstige interessante Dinge. Und ja, also hier haben wir schon alles Mögliche, aber ich gehe jetzt mal zu der Arduino-Reihe und da hole ich mir mal den Arduino Micro und den ziehe ich mir hier einfach auf die Steckplatine und jetzt habe ich hier schon einen Arduino Micro auf der virtuellen Steckplatine. So, was ich jetzt mache, dieser Arduino hat hier zwei Pins, die wir jetzt brauchen, unter anderem den Pin 10, da möchte ich jetzt meine LED mal dran anschließen und den Ground. Und den Ground ziehe ich einfach mal nach unten und jetzt sehen wir auch schon, hat sich da so ein wunderbares Kabel gebildet und hier sind alle Punkte grün geworden. Was heißt das? Das heißt jetzt, dass hier auf den Punkten überall das Signal von diesem Kabel hängt, und das ist ja Ground. Wir sind hier oben auch, das ist auch Ground. Hätte ich auch das nehmen können, das können wir auch mal schnell da hochziehen. Jetzt haben wir zwei Grounds, wenn man so möchte. Also da oben ist jetzt Ground und da unten auch. Okay, was wir jetzt machen müssen, wir wollen ja alle LED ansteuern, das heißt wir brauchen logischerweise erstmal eine LED. Dann nehme ich jetzt eine rote LED, platziere ich hier einfach mal mitten rein. Und wir brauchen logischerweise einen Widerstand. Den packe ich jetzt einfach mal daneben. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verbinden. Das heißt, wenn wir hier da drüber hofern, da sehen wir auch nochmal, was die Kathode und was die Anode ist. Also Kathode ist ja Minus und Anode ist sozusagen Plus. Dann ziehe ich doch mal diese Kathode nach ganz unten und dieses Beinchen verlängert sich. Diesen Widerstand schließe ich nur einfach mal hier dran an und das schließe ich mal da oben dran an. Jetzt sehen wir auch schon, ist diese Anode mit dieser Reihe hier oben verbunden, mit dieser Plusleitung, sag ich mal. Und daran können wir jetzt einfach unseren D10-Pin anschließen. Jetzt kommen hier also unsere 5 Volt, gehen über diesen Widerstand und dann hier durch diese Leuchtdiode wieder nach unten und in den Ground rein, wenn man so will. Und wir haben diesen Widerstand aber noch nicht eingestellt. Das heißt, der steht noch bei 220 Ohm. Ich hätte den aber gerne auf 330 Ohm. Ich glaube, das passt relativ. Dann sollte diese Leuchtdiode also leuchten. So, also theoretisch, wenn wir das jetzt programmieren, den Arduino, dann sollte unser Projekt auf der Leiteplatte schon funktionieren. Auf der Steckplatte meine ich. Bauen wir doch mal einen Schaltplan dazu. Was sehen wir hier? Wir haben einen Arduino. Da oben in der Ecke haben wir jetzt auch unsere Leuchtdiode und unseren Widerstand. Ja, so. Ja, ist alles nicht so schön. Müssen wir denn noch schön machen. Man kann das aber ganz aber auch autorouten. Das wird jetzt im Moment dauern. Wir sehen uns gleich wieder. Ich klicke jetzt auf Autoroute. Oh, das hat doch keinen Moment gedauert. Dann sieht es relativ okay aus. Das hat er jetzt nicht autogerootet. Warum auch immer. Na, muss man eben mit Hand machen. Ist jetzt viel zu groß, diese Leitung. Aber ja gut, ist ja nur zur Demonstration. Da sind wir jetzt also hier wieder. Ist an unserem, äh, die 10-Pin. Das muss auch nicht sein. So. So ist gut. Naja, auch nicht gut, aber für die Demonstration reicht's. Ähm, an unserem D10-Pin ähm, haben wir nun, äh, das Signal wieder. Ob es an sein soll oder nicht. Also die 5 Volt. Die gehen da runter. Wieder über unseren 330 Ohm Widerstand. Sehen wir da unten. R1, 330 Ohm. Ähm, wieder da oben. In diese LED. Und das gefällt mir auch nicht. Äh. Das müsste eigentlich da liegen. Ne, Quatsch. Moment, das ist die Karte, wie es aussieht. Und das ist die Anode. Ja, genau. Das heißt, müsste so sein. Das, äh, stimmt schon. Das ist richtig. Das heißt, ähm, das geht da unten wieder in den Ground. Jetzt haben wir natürlich noch gar kein Netzteil angeschlossen. Dann gucken wir doch einfach mal hier. Da haben wir, sehen wir schon, äh, Schaltplanansicht. Da können wir jetzt mal ein DC Power holen. Das DC Power ist auf einer Spannung von 5 Volt eingestellt. Was wir jetzt machen können, hm, ich ziehe es mal nach da unten. Wir verbinden diese 5 Volt Plus. Oder wenn man es da einfach mit diesen 5 Volt, können wir das jetzt noch ein bisschen schön routen. So, und jetzt ist es auch schön. Da unten haben wir jetzt unsere Minusleitung. Ja. Und die können wir jetzt da an den Ground anschließen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, äh, Hm, vielleicht hier. Oder wir nehmen ein, ne, hier hat er keinen anderen Ground-Pin. Ähm, also wir gehen von dem Ground, äh, ist jetzt alles andere als schön. Ach, genau so. So, jetzt ist das auch verbunden. Jetzt haben wir da auch einen richtigen Ground dran liegen, wenn man so möchte. Ist nicht schön, ist aber nur zur Demonstration gedacht. Also, ähm, ja, viel zu groß und nicht schön. Aber es wäre ja nur das Prinzip verdeutlichen, wie es funktioniert. Wir könnten jetzt nochmal auf Autoroute klicken und mal schauen, was er macht. Ja, viel gemacht hat er jetzt nicht. Naja, gut. Also, dann schreiben wir jetzt hier die Leiterplatte mal an. Wir sehen, wir haben einen Arduino. Der ist auch schon maßstabsgetreu da aufge, ähm, ja, zeichnet. Oder wie man auch immer sagen möchte. Wir haben das Loch für eine LED. Und wir haben unseren Widerständnis. Jetzt könnten wir das natürlich noch hier schön anordnen. Wir könnten diese Traces auch noch, äh, schön hin platzieren. Wie auch immer wir möchten. Wir könnten jetzt sagen, zum Beispiel, wir möchten es so haben. Aber, warum ist die Anode jetzt nicht angeschlossen? Das wundert mich wieder ein bisschen. Ähm, das ist die Kathode. Und, okay, wir verfolgen es nochmal. Ähm, die Kathode geht an Ground logischerweise. Und der, der, oh, egal, der geht, warum auch immer, jetzt da nicht lang. Also, was machen wir? Wir entfernen zum Beispiel einfach mal diese, ja, das hier. Und schauen uns das nochmal an. Also, das da soll ja über den Widerstand gehen und nicht das. Entfernen wir also das nochmal. Das geht irgendwie nicht. Das heißt, wir schauen in unserem Schaltplan nochmal nach. Aha, der hat da wieder irgendwas komisches geroutet. Ähm, jetzt sollte es eigentlich schon weg sein. Aber es ist es nicht. Okay, bauen wir es einfach nochmal auf. Hindert ja nichts dran. Wir gehen hier an diese Anode und die soll aber nicht an Ground. Also bauen wir alles nochmal komplett von vorne auf. Wir haben unsere LED, oder, ja, brauchen wir gar nicht suchen. Wir haben unsere LED, die ist da oben, da. Die können wir jetzt da hinziehen. Und wir haben unseren Widerstand. Den müssen wir jetzt wieder auf 330 Ohm einstellen, logischerweise. Ich mache einfach so. 330 Ohm. Da haben wir unsere Kathode und unsere Anode. Und diese Anode wird jetzt hier mit dem Widerstand verbunden. Das passt. Man könnte jetzt natürlich auch noch eine Trace ziehen. So. Und das wird jetzt an unserem Pin 10 verbunden. So. Und das können wir jetzt einfach mit unserer, mit unserem Ground verbinden, die Kathode. So. Ja. Passt schon. Und jetzt haben wir eine halbwegs, naja, ich weiß nicht, gut aussehende. Wir haben eine funktionierende Leiterplatte, sag ich mal. Also da könnten wir jetzt die Bauteile draufflöten und es würde funktionieren, draufflöten. Und ja, was wir jetzt machen könnten, da unten herstellen oder auch veröffentlichen. Aber das könnt ihr dann selber ausprobieren. Okay. Und dann wollen wir jetzt nochmal den Code anschauen. Da habe ich jetzt schon was drinstehen. Einfacher Plink-Sketch. Das ist nochmal ein anderes Thema, wie man Code für den Arduino schreibt. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt drinstehen, dass im Setup einfach der Pin-Mode von dem Pin 10 auf den Output gesetzt werden soll. Also da ist ja eine LED dran angeschlossen, das ist ja ein Ausgabegerät. Und im Loop, also im Wiederholenden, da haben wir einfach drinstehen, dass er den Pin 10 auf High schalten soll, also anschalten soll, also die 5 Volt draufgeben soll. Und dann wartet er wieder eine Sekunde und dann soll er ausschalten, also die 5 Volt wieder ausschalten. Und dann wartet er wieder eine Sekunde, dann fängt er wieder von vorne an und so weiter. Also ist jetzt nichts Großes. Das Coole hieran ist, man kann es auch direkt hochladen und hat auch einen seriellen Monitor, wie bei der Arduino-Software. Nur, was mir hier nicht so ganz gefällt, ich mache jetzt mal zum Beispiel VoidTest. Ja gut, das ist auch bei der eigentlichen Arduino IDE so, dass sich das nicht automatisch hier vervollständigt, diese Klammern, aber diese Klammern, die vervollständigen sich hier nicht, aber bei der Arduino IDE, also teilweise ein bisschen lästig zu programmieren, aber irgendwann gewöhnt man sich da auch dran. Und ja, das war es im Prinzip auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch die Software Fritzing gut beigebracht und ihr könnt jetzt auch damit arbeiten. Und wenn ihr die schon kanntet, dann schreibt das doch mal in die Kommentare und auch wenn ihr sie noch nicht kanntet, dann könnt ihr es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Generell bei Fragen könnt ihr auch in den Kommentaren mit mir darüber diskutieren oder kommunizieren und mich dann einfach Sachen fragen. Und ja, ansonsten, oben rechts kommt ihr noch zu meinem letzten Video. Das ist das Video, wo ich mit Hilfe von PHP die laut FM API eingebunden habe und verwendet habe. Unten rechts kommt ihr zu einem Video, was YouTube meint, was euch am besten gefällt. Und unten links könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Also, ja gut, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Video. Absolut. wenn ihr es schnauert wenns drauf thì theorem. Alsomost habe ich aber Vielen Dank.